Nimm die Speisekarte von der Scheibe weg, ja? Steig ein, es ist offen. Schmeiß sie ins Handschuhfach. Der Wagen ist nicht aus dem Fahrzeugpark, oder? Nein, ist er nicht. Trotzdem sexy, ja? Wo ist das Büro? In der Zentrale? Du sitzt im Büro, Baby. Aufwärts. Heute ist ein Trainingstag, Officer Holt. Ich zeig.